Willkommen zurück meine Äntchen zu Minecraft NEXT! Unser Kätzchen ist weg. An die Leinten ist es. Jetzt war er durchgeschlagen. Wir erlösen es noch von seinem Leit. Komm her! So. So. Mathis sein, neue Erde wird leider auch ein bisschen näher. So. Und ich würde sagen, wir werden jetzt erstmal ein wenig... Ähm... Achso, ich wollte nachschauen, wie das mit der Dings funktioniert, ne? Mit dem Rubberboot hier. Naja. Naja, egal, 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 egal. Wir machen jetzt erstmal hier ein bisschen das. Und... Ja, der ist voll. Der ist auch voll. Ich verstehe es halt nicht. Hm. Na ja, man lässt sich auch Holz unten reinpacken. Bei Alkohle. So. Ich könnte mal gucken, was der Kompressor sonst so kann. Ich weiß es gar nicht. Wir gucken mal zu den Dudes rüber, was die das machen. Die Kabel habe ich nicht noch. Hier habe ich noch eins. Ja, wir gehen mal zu den Dudes rüber schauen, wie die das machen. Ach guck mal, da war noch schon wieder Gummi. So. Ab gehts rüber. Oh, ich kann... Ich kann mehr sprinten. Auch das noch. Ja, dann gehen wir halt bemühtlich. Ist auch nicht schlimm. Ab, 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 ab. Gehen lang, gehen, gehen lang. Dann gehen wir eine Runde schwimmen. Ja. So. Ja, ich habe leider, ähm, nach der letzten Folge, keinen mehr erreicht. Wegen, ähm, wie das mit dem Kompressor und dem Rubberwood funktioniert. Ich muss mal schauen, ob ich mal hier, weil die sind alle AFK-MTS. Ich weiß nicht, wo die alle hinsam, einmal. Vor allem waren sie alle mal da. Jetzt sind es aber auch mal alle mal weg. Echt merkwürdig, was wärs. So. Echt interessant auch, was sie hier bauen. Wir gehen jetzt hier mal rein und schauen mal, was sie hier sehen. Ups. Ich mache ihre Tür lieber mal zu. Rotary Macerator. Elektrolyzer. Generator, ja, ist klar. Messerator. Electric Pernace. Ein Extraktor, nicht Kompressor. Ach, ja, klar, klar. Baut man einen Extraktor, ist jetzt die Sache. Electric Circuit und Mission Block. Dann brauchen wir Kabel. Kann ich das da noch dann wieder reinlegen? Ich sehe gar nichts. Ich sehe gar nichts. Ich möchte nur was noch. Was ist das denn? Eine Energy Bridge. Ich frage nicht. Ich frage nicht. Ich frage nicht. Ich frage nicht. Warte, ich bin doch doof. Ich kann doch. Ich frage nicht. Wieso gerade das so ganz komisch hakelt. Weiß ich nicht in der Steuerung. Ich frage nicht. Ja, ich frage nicht. Ich frage nicht. ganz komischen dinge online dass das sind das ist hin das kann man nicht so noch sticky machen okay dann gehen wir zurück gehen trifft es dann müssen wir jetzt ein extraktor bauen kein kompressor ja ich verwechselt mir sehr leid ich verwechselt möchte ein kompressor einfach wieder abbauen dann haben wir schon mal maschinenblock und müssen keine dinge zahlbauen naja kann man nicht ändern passiert dass sie jetzt gibt auch zu viele maschinen da kommt man einfach mal durcheinander umgelaufen immer die beiden die welche wegreißen sind hier nicht so praktisch tut mir sehr leid herr kompressor aber das meint man kommt nicht nur maschinenblock raus das weitere dann haben wir gar nicht genügend holz oder ich habe kein holz jetzt auch mal kurz ein bisschen holz holen gehen müssen dann wollen wir vielleicht auch noch mal kleine bäume jeweils so unauffällig wegscharen können ach da guck mal den doch der ist doch gut aus zack dankeschön 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 da haben wir neun da hast du da reichen 38 holz das reicht hin ist vollkommen legitim naja fast 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 auch zwar auf dem weg ja ist ja okay so brauchen wir vier stück ich hatte zwar noch ein aber den hätte ich auch nicht ähm maschinenblock das dann brauchen wir jetzt noch die circuits dafür bräuchte ich circuit genau das ist tin 6 3 ich mache es auch echt nur das was wir brauchen gerade weil wir haben gleich den extraktor dann und das ist zwar nicht so schlecht schon so dunkel hier dran auch meine rüstung verschwindet dadurch auch naja egal so dann machen wir jetzt hier mal die kabel drei stücke noch doof dann das hier ähm das aber zwei kommen wir auch schon mal rein und dann den barren dankeschön so einmal da 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 einmal weiter dahin dahin dankeschön und hinstellen läuft ja ha 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 das funktioniert natürlich immer noch schaden mal kurz rausgehen so lang es noch geht und werden mal kurz die fälle abernten so ich sollte reingehen ich habe nur ein halbes herbst hu puh alter ähh ided ja zwei weizen haben wir noch aber vollhauen hier auch vollhauen da war das arbeitet alles so wie es soll heißt wir kriegen jetzt erstmal gummi so das ist schon mal gerettet kommt jetzt als nächstes geothermal generator für ein eisenofen haben wir zwei eisenlöfen haben wenn er einfach abbauen also kann man schwitzeigkeiten langsam kommt das ganze hier ins laufen jetzt ein generator bauen generator 3 raffinierte raffinierte eisen das ist nicht schlimm wir brauchen den eisenofen drei eisen und eine batterie haben wir uns das geholt das habe ich hier noch gesehen dann bekomme ich die rezepte wieder alle meinen kopf die man das wort bei dem lieben herr mathe ist noch eine weile dauern ist das alles kopf hat nicht mein ohr das eisen generator wunderbar dann generator 2 raffinierte eisen hier aus das macht noch und können wir dann nachher noch upgraden das kommt auch noch dann können wir den sozusagen noch ein level abgeben das ist ein bisschen schneller das ganze macht ist auch ganz praktisch hey wake up jetzt habe ich nach bekommen ja im extraktor das war jetzt ein bisschen später was nicht schlimm war doch so oder ja das war ja ein zähler wir haben wir hier noch ich wollte gesagt sollte meine g-bewegungen mal anmachen wo ist denn das ich finde halt dann sieht man bei mir mehr dass es leckt das mal zu lieben einfach so auf nettigkeit mal ja klar auch ein bisschen mehr so geothermal den können wir dann nämlich auch woanders hinstellen und zwar da muss ich jetzt ein bisschen vorausdenken geothermal generator verbunden mit einem tank ja genau ich habe ja schon mal navazellen geholt gehabt das ist ja so ein bisschen dann kein problem so das wollte ich jetzt mit dem geothermal generator machen nachher genauso von dem normalen generator weggenommen ist in der strom haben so jetzt als nächstes das idee wenn wir uns mal die query setzen müssen wir aber jetzt mit kühlen und so bearbeiten naja gut wir gucken mal was wir jetzt hier machen und zwar haben wir jetzt das schon mal raus jetzt können wir hier mit weitermachen messerator werfen wir auch mal voll mit irgendwelchen zeugen war das hier war dann jetzt wollen wir es noch mal eine lecce fernese lecce fernese ein eieren das war was aber was können aber es können so so das hier nehmen ich bin so ein depp manchmal da möchte ich mich selber schon schlagen so ein bisschen dollar 48 kabel so äh Kabel haben wir. 1, 2, 3. Brauchen wir nicht. Kabel. Ich kann hier mal ein Bound machen. So, dann kommt hier jetzt die Batterie rein. Oben drauf. Dann brauchen wir noch Holz. So, und oben drauf kam noch Redstone, oder? Wenn ich mir jetzt richtig liege. Ne, ein Kabel, ein Kabel. Kabel kommt drauf. Genau. So, Redbox. Dann, ein Advanced-Circuit. Glowstone. Okay, wir können das Jetpack doch noch nicht bauen. Wir brauchen den Electric Circuit sowieso. So, wir brauchen noch einen Eisenofen. Kann ich noch so viel Eisen? Bestimmt gleich, ne? Ja, hier, guck mal. Machen wir es mal so. Ich weiß gar nicht, wie viel Strom wir hier noch haben. Okay, also entweder es ist ein Lag. Oder... Hm. Aber es funktioniert. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. So, wir wollen die anderen Crafting Table. Bauen uns... Einen... Sowas... Um... Achso. Das waren Skeletten. Was weiß ich euch noch alles für ein Kram? Sag mal. Rift Blade. Open Set Temporary Doors. Special Teleporter Attacks and Rotate. Exit Doors. Teleporter gibt es übrigens auch. Ähm... Eisenfrau. Ne, ist das, das, das. Wir haben alles im Inventar. So, cool. So. Das... Das... Hm. Wir haben noch gar kein Electric Phone, allerdings. Ich bin doch schon manchmal so ein bisschen doof. Ich hab hier grad ein bisschen verfeilt, kann das sein? So. Da sieht man halt, wie oft man hier echt Kabel braucht. Das... 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 Das wollte ich jetzt überhaupt bauen. Find ich doof? Sag mal. Leute. Ey, das könnt ihr doch nicht mehr so machen hier. Ich bin da total verpeilt. Ich bin da total verpeilt. Irgendwie hier. So. Wunderbar. So. Wenn der... Herr von uns so hier reinkommt, wird das mal einen Schock kriegen, ne? Ich weiß nicht, wie es hier so spinnt. Ganz im Ernst. Aber... Who cares? Es funktioniert. Es zählt. Wir sind doch eigentlich ganz gut weit gekommen, jetzt hier, ne? Und wir haben hier den... Den Generator. Mit der Bad Box. Die... Gerade irgendwie leer läuft. Achso, bei dir benötet das Ding, ja. Ja, da war was. So. Was ist das hier? Electric Hole. Gibt's auch, ja. Electric Wrench. Okay. Hm. Okay. So, dann können wir hier noch ein bisschen Erdze reinschmeißen. Silver, Gold, Ferios, Leed. Lass mal das Silber hier rein. Und wenn wir uns hier grad so enorm viel, ähm... Eisen machen. Ne, enorm viel Wrench. Fertig damit. So. Es könnte man... Man könnte... Könnte jetzt eine Pumpe hier anschließen. Die das raussaugt, was hier fertig ist. Und direkt in diesem reinschmeißt. Geht alles. Ich hab schon eine ganze Zeit bei Fabrik gebaut. Da hatte ich eine Query. Also das Ding, was, ähm... Dieses Riesenloch, in die alles stampft. Von da aus ging das zu Sortierpipes. Ähm... In sortierte Kisten, welche dann rausgesaugt wurden. In Maschinen, die es meserated und gebrannt haben. Und danach... Direkt in Kisten sortiert haben. Ist verdammt viel Arbeit, aber... Ähm... Man braucht an sich erstmal rein gar nicht mehr Farmen. So. Hier haben wir jetzt noch... Haben wir noch... Gold, das. Hier haben wir noch Kupfer, das. Okay, okay, okay. Ist wie noch? Was machen wir noch? Mh... Hmm. Gumm... Gumm... Gummimgpass werden wir auch der Kritik nicht mehr haben. Vorerst. 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 So. So, an sich könnte ich unter den Ofen. Badbox. Danke. Diese pült sich. Ich muss ja da ran bauen, ne? Das ist ja auch schon so ein bisschen scheiße. Warte mal. Machen wir anders. Geht ja trotzdem. Das hat die auf jeden Fall halt auch voll betrieben. Das hat die verliert schon, deshalb genau. So, kommen wir hier jetzt einmal dicht wieder. Okay, lassen wir das jetzt einfach mal so bis hierher, was ich meine. Machen wir so die Kabel. So, bis dahin Maschinen setzen. Am besten hier noch eine Reihe draufsetzen dann. Heißt, wir müssen hier einmal so machen. Ups. Hier oben noch nichts. Können wir hier nochmal facken hinsetzen. So. Das sieht so komisch aus. Brauchen wir am besten noch eine Electric Firenay. Oh, scheiße. Voll überall Aufnahmen-Limit. Leute, hab ich das gefreut, wenn ihr dann lasst doch ein Like, dann sind wir in der nächsten Folge von Minecraft Next. Haut rein, bis dann. Mach's gut, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.